Wir leben heute in einer Gesellschaft, in der sämtliche Bereiche von Digitalisierung durchzogen sind. Deswegen ist es natürlich wichtig, dass wir Frauen, die wir 50 Prozent der Bevölkerung ausmachen, auch in alle diese Gestaltungen der digitalen Gesellschaft unsere Wünsche, Prioritäten und Erfahrungen entsprechend einbringen können. Nur so wird es eine Gesellschaft, in der wir angemessen repräsentiert sind. Ich habe selbst 15 Jahre in der IT-Industrie gearbeitet. Immer wieder sind mir Vorurteile begegnet, wo man mir meine Kompetenz in diesem Fachbereich absprechen wollte. Immer wieder ist mir aber auch begegnet, dass Produkte und Dienste entwickelt worden sind, auf der Basis von Männerdaten, von Männern und für Männern, die dann für Frauen gar nicht gepasst haben. Das ist künstliche Intelligenz mit Spracherkennung, die Frauenstimmen schlechter versteht und viele andere Beispiele. Das muss sich ändern. Das kann sich aber nur ändern, wenn wir auch daran beteiligt werden. Das mache ich weiter heute als Netzpolitikerin und ich würde mich freuen, wenn viel mehr Frauen da auch noch mitmachen. Ich würde mir am allermeisten wünschen, dass wir endlich die Stereotypisierung von Kompetenzen loswerden. Die Zuschreibung, dass bestimmte Aspekte ein Mädchen besonders gut kann und bestimmte andere ein Junge. Weil diese Annahmen, die übrigens in den letzten 20 Jahren immer schlimmer geworden sind, führen dazu, dass wir in Spielzeugläden eine rosa Seite haben, die für die Mädchen mit Prinzessinnen und Einhörnern und die dunkelbunte Technikseite mit Monstern, Abenteuern und Robotern für die Jungs. Natürlich entwickeln sich dann Kinder entsprechend dieser Prioritäten und natürlich haben dann Jungs mehr Interesse an Technik und landen häufiger in Digitalisierungs- und IT-Berufen. Das ist schlecht für uns alle, deswegen müssen wir diese Stereotypisierung loswerden. In Bilderbüchern, in Spielzeugläden, in Schulbüchern, das wäre mein größter Wunsch. Als Netzpolitikerin habe ich mit einer wahnsinnig großen Bandbreite der Digitalisierung zu tun, denn die ist ja auch überall. Den einen Tag geht es um autonome Waffensysteme, den anderen um energieeffiziente Rechenzentren, es geht um autonome Autos, digitale Bildung, Roboter am Arbeitsplatz oder um Verschlüsselung von Messenger-Diensten und noch um 100 andere Dinge mehr. Überall ist Digitalisierung. Ich glaube, dass Frauen vielleicht einen anderen Blick auf diese Themen haben und deswegen mache ich bei dieser Initiative mit. Vielleicht hätten wir dann schneller eine Ächtung und ein Verbot von autonomen, tödlichen Waffensystemen. Vielleicht wären wir dann weiter in digitaler Bildung. Vielleicht würden wir dann häufiger einen Schwerpunkt legen auf gemeinwohlorientierte Digitalisierung, die für mehr Teilhabe sorgt, für Fortschritte in der Bildung, für Nachhaltigkeit, für Bekämpfung des Klimawandels. Das wünsche ich mir, deshalb mache ich mit und deshalb hoffe ich viele andere auch.